Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass wir wieder spielen dürfen. Vielen Dank an alle, die das gemöglich gemacht haben. Aber ich muss Sie vorwarnen, meine Damen und Herren. Es könnte nämlich sein, dass im Laufe des Abends gewisse Dinge mit Ihnen und Ihrem Körper passieren, die Sie so nicht erwartet hätten. Aus einem zarten Zittern in den Knien wird auf einmal sowas wie tanzen. Und ich habe auf einmal so einen ekelhaften, widerlichen Krampf in Ihrem Gesicht. Sowas wie ein Lachen, ein Lächeln, weil Sie sich amüsieren, weil Sie sich Ihres Lebens freuen. Aber keine Panik, meine Damen und Herren. Ich kann Sie beruhigen. Ich arbeite schon sehr lange mit dieser Band zusammen. Und darum weiß ich aus Erfahrung, das geht vorbei. Das geht vorbei. Und dieses Lied hilft auch. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018